Hallo und herzlich willkommen auf Drohne-Check.de. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bitte vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und drück außerdem auf die Glocke, damit du auch eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank dafür. Wir testen heute mal Katzen. Nein, Spaß. Wir testen natürlich wieder die DJI Mini 2. Ich war jetzt, wie ihr gemerkt habt, relativ lange inaktiv. Ich war im Urlaub in Südamerika unterwegs und da habe ich viele tolle Sachen erlebt. Ich war mit Walen unterwegs, war tauchen und, und, und. Und ich habe unter anderem mit einem Tauchunternehmen zusammengearbeitet und habe für das Unternehmen, den Namen darf ich an dieser Stelle nicht nennen, einen coolen Imagefilm produziert. Und davon möchte ich euch ein paar Ausschnitte zeigen. Das Video habe ich unter anderem mit der DJI Mini 2 aufgenommen. Ich bin von der Mini-Drohne nach wie vor hellauf begeistert. Tolle Fotos, tolle Videos. Und wie ihr dann sehen werdet, ich bin mit der DJI Mini 2 auf offener See geflogen und da war auch teilweise sehr starker Wind. Und die DJI Mini 2 hat wirklich dem Ganzen getrotzt. Wirklich erste Sahne. Also ich kann nach wie vor sagen, ich bin von der DJI Mini 2 weiterhin hellauf begeistert. Wenn du wissen möchtest, wo du die DJI Mini 2 kaufen kannst, findest du einen Link in der Videobeschreibung unter dem Video. Da gelangst du zu meinem Partnershop und bekommst einen sehr guten Preis für dieses tolle Drohnenmodell. Ansonsten wünsche ich euch jetzt natürlich viel Spaß mit den folgenden Videoaufnahmen. Und wenn du natürlich Fragen hast, lass mir einfach einen Kommentar da unterhalb des Videos. Ich helfe dir sehr gern weiter. Ich helfe dir sehr gerne. Ich hatte das riesige Glück, hautnah dabei zu sein, als Wale, Buckelwale, als auch Grauwale mit ihren Kindern sozusagen wieder nach Hause gekommen sind. Die Wale ziehen in bestimmten Regionen in Südamerika ihre Kinder auf und es ist einfach ein magischer Moment. Das kann ich gar nicht in Worte fassen, da fehlen mir die Worte. Das ist eine unglaublich spirituelle Erfahrung, wenn solche riesigen Wesen, die Grauwale werden bis zu 15 Meter lang, nur wenige Meter von mir entfernt durch das Wasser gleiten. Die Tiere sind so friedlich und die Tiere und die ganze Natur, die isst einfach nur. Die kennen keine Kriege, keine Krankheiten, keine großen Pandemien. Das ist einfach nur Wahnsinn. Also eine total unglaubliche Erfahrung. Was hat euch in eurem Leben unglaublich geprägt und fasziniert? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Die Fotos und Videos, die ihr gerade gesehen habt, habe ich alle mit der DJI Mini 2 aufgenommen. Meiner Meinung nach ist das nach wie vor die beste Einsteigerdrohne, die wir zu diesem Preis zum jetzigen Zeitpunkt auf dem Markt kaufen können. Wenn du wissen möchtest, wo du die DJI Mini 2 zu einem guten Preis kaufen kannst, klick einfach auf den Link in der Videobeschreibung oder dem Video. Da gelangst du zu meinem Partnershop. Wenn du natürlich Fragen hast, lass mir gerne einen Kommentar da. Ich helfe dir sehr gerne weiter. Ansonsten werden demnächst noch viele weitere Testberichte folgen. Ich werde euch auch noch ein bisschen Footage zeigen, denn ich habe wirklich sehr viel aufgenommen in den letzten 4 bis 5 Wochen. Ich war lange unterwegs, habe viel erlebt und das möchte ich natürlich mit euch teilen. Vielen Dank trotzdem an eure Treue, wenn ihr jetzt die nächsten Testberichte wieder regelmäßig schaut. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao.